Wir sind aus Nürnberg-Summen-Torn, also Nord-West-Licht, ähm, also ihr seid bei mir. Flabine, aber ich fliege ja Abfahrt mitbekommen, ne? Ja, ja. Nur falls du Verfolger hast. Ja. Sehen, bloß nicht mehr scheiße. Ich glaube, wir sind schon drüber weg. King, würdest du denken, dass wir schon drüber weg sind? End. Ja, sieht fast so aus, ne? Ja, sieht fast so aus, ne? Beim Bombenwurf seid ihr aber schon zu weit, ja. Ja, ja, warte mal. Ich hab gesehen, kriegen auch nicht irgendwie hier, obwohl die Bomben noch mal weg sind. Da hab ich noch eine Ecke von ihm gesehen, hab ich auch gerade die Sichtverlust. Oh, sind ihm die Bomben rausgefallen? Ja. War das gezielt? Ne, ich hab auf die Goldschutz gedrückt, eben scheiße. Alle weg. 45 Minuten sich hochgearbeitet. Wenn das mit Sprit reicht, ich geh mal in den Sparflug. Das Räumfeld haben sie auch genau wer platziert hier, ne? Ja. Oder wir müssen auf den Wind warten, bis der das weggekanns wird hat. Geh mal runter. Ja. Ja, hier krieg ich mich schon. Oh, oh. Hat. Ich sehe, Zugkontakte. Aber vielleicht wenn du weg bist, fliegt vielleicht noch nicht. Ich bin aber auch glücklich. So, Hansiart. Ah, warte mal, ich sehe es. Hansiart. Die folgt dir. Ah ja, die kommt noch mal direkt. Ja, du musst ja, die ist schnell. Moin. Ja, ich komm mal dazu. Hallo. Kannst du das überlegen, da geh noch das Wasser raus? Ja, ich geh nach Norden. Komm, aus Südviel Richtung. Guten Abend. Guten Abend. Boah, ich fliege hier durch die Suppe. Ich sehe nichts. Der rechnet bestimmt nicht mit mir. Bei den nächsten Aufmerksamern. Hoffe nur, dass ich links eingebaut habe, ungefähr. Ich fliege mal gerade jetzt, ne? Ja. Hoffe, dass ich hierher da bin, als eher an dir. Vielleicht kann ich sonst mit einem Video gleich noch was geben. Ja. Hau, rede auch. Der ist ja bei dir. Hansiart, der ist ja bei dir. Du musst andrücken. Der ist ja bei dir. Lücker. Ja. Das ist sehr schnell. Der ist gut, gleich wird. Ich bin mal auf dem Reichen-Profil. Ja. Ich bin mal auf dem Reichen-Profil. Ja. Oh ja. Verkretter Schießt doch eben. Ja, ist das bestimmt. Aber ja auch, das ist überhaupt nicht. Ja, er ruft sich jetzt wieder ein, er steigt hoch, steigt fängt recht hoch, was macht er denn? Ja, aber der steht jetzt auf seiner Heckflosse, ist er erwischt worden, jetzt pudelt er weg, er pudelt, er kommt ja nicht hinterher, er stürmt einfach weg, hat sich wieder gepankt, ist auf seiner 5 Uhr, wir drehen jetzt wieder ein, unterhalb, er ist jetzt außerhalb meines Sichtfelds, er ist jetzt außerhalb meines Sichtfelds, da in die Kilometer von vorne fliegt, das ist ja mal von Popo. Was hat denn?